Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, wir machen jetzt mit der Nibeng Quest weiter. Brutstätte Xie. Die werden wir jetzt auch gleich mal auswählen. Ich bin auch schon dahin gelaufen. Und befindet sich auf der Karte... Ja, genau, hier. Ganz weit unten im linken Bereich der Karte. Genau, ich denke, es könnte eventuell sein, dass das jetzt auch schon die letzte Brutstätte ist. Ich habe jetzt jedenfalls keine mehr gesehen. Schauen wir doch da mal rein. Wenn ich hochkomme. Okay, Tür öffnen. Ah, alles klar. So, auf in die Brutstätte. Damit müssten wir dann rein theoretisch, wenn wir die Brutstätte abgeschlossen haben, alle Maschinen, was es gibt, eigentlich überbrücken können. Aber das würde ich sagen, sehen wir dann. Vorsicht! Immer wenn ich denke, wir haben... Ah! Müllgedeckt! Okay. Ganz ruhig bleiben, Jungs. Mama ist da. Das hier war mal eine Brutstätte. Aber die Wildnis ist eingedrohen. Und jetzt auch der Feind. Okay. Scheint also nicht so maschinenlastig diesmal zu sein. Irgendwie führen wir die Pfeile auf. Man weiß ja nie, was hier kommt. Und scannen mal. Okay. Die könnten wir gleich mal so erledigen. Okay. Okay, das ging ja ganz gut. Unten ist noch einer. Jetzt krieg ich das... Hängt das hier? Oh, wieso fertig? Die müsste ganz gut runterkicken, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt mal mit einem anderen YouTuber so ein bisschen... Ja, Diskussion kann man nicht sagen, aber wir haben ihn einfach ein bisschen unterhalten. Und die Feuerpfeiler an sich machen eigentlich jetzt den Burst Damage... Machen die eigentlich gar nicht so. Der eigentliche Schaden bei den Feuerpfeilen ist eigentlich über Zeit. Also der hat eine Art Dot drin. Damage over time. Und das macht eigentlich mehr wie so ein normaler Pfeil, muss ich sagen. Das wird schon öfters aufgefallen, auch bei einigen Maschinen bringt es einfach über die Zeit hin mehr. Aber wie gesagt, die Schwächen werden euch ja eh angezeigt, wenn ihr sie scannt. So, weiter geht's. So, geht's da unten weiter anscheinend. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Kiste. Boah, geil. Geile Sache. Schaut richtig nice aus. Ich muss ein Höhlen-Einsturz gegeben haben und er muss heftig gewesen sein. Ja, das stimmt. Muss wirklich heftig gewesen sein. Okay, dann scannen wir mal die Umgebung. Den machen wir gleich mal so. Alles klar. Immer noch auf der Suche nach mir. Das bringt mir noch nix. Aber ich könnte es anders machen. Haben wir hier was zu verstecken? Jep, da ist Gras. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir dich doch einzeln im Gras, würde ich sagen. Wenn's geht. Nee, hier ist keiner. Hä? Untersuche das Anwenden der Kultisten. Mach ich doch. Nee, komm nicht. Die rennen von mir weg. Schweine. Kann ich jetzt nicht anlocken oder was? Okay. Jep, komm her. Komm zu Papa. Oder zu Mama. Die Sonne zeigt keiner Barmen. Wir haben ein Problem. Du bist der Lied. Okay, sie haben mich entdeckt. Das ist natürlich suboptimal. Oh, vielleicht. Weiter, nicht stark auf dich. Ah. Ei, ei, ei. Ich kann. Wow, 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 wow. Jetzt können wir... Ruhig bleiben, Leute. Ganz ruhig bleiben. Okay, dann haben wir auch. Hier drüben ist das Ziel. Mei. Wer schießt denn die hin, sag mal? Oder auch nicht? Du kannst unserem Griff nicht entkommen. Nein. Okay, ist der daun? 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 Das ist ein Handel. Daun. Daun. Gehen, Victor. So, haben die jetzt die Daunen alle, oder was? Oh, rennt hier noch irgendwo einer rum? Jetzt keinen. So, schau mal weiter. Nehmen wir auf jeden Fall noch alles mit. Ich muss schon 10.000 Kisten, glaube ich, im Inventar haben. Okay, wir müssen hier hoch, anscheinend. Ist hier oben noch irgendwas? Ist da irgendwas übersehen hier? Nö, sieht's aber aus. Gib dich zum Mutstättenkern. Ist der hier unten, oder was? Ne, hier sterben wir. Da kann ich, glaube ich, nicht reinrennen. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Hier geht's so groß. Von da bin ich gekommen. Geht's hier weiter? Hier geht's. Hier geht's. Okay. Okay... Kampfen! Schauen wir mal, warum wir die Knarre nehmen können. Kommt hier noch was oder ist das schon alles jetzt oder was? Kann ja gar nicht sein. Ich nehme ihn trotzdem mal mit. Überbrücken. Fertig oder was? Ach, verteidige den Tieren. Töte sie wieder, erledigt sie. Wir haben Gesellschaft. Ich kann mal, wer mich hier verstecken kann. Boah. Oh. 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 Ja, mach den doch mal. Boah. Boah, fuck. Okay, doch nicht einfach. Muss ich mal schauen. Ich halte den Kern. Okay. Da ist der Fass. Mach dich bereit für den Schlag des Schattens. Mach dich bereit für den Schlag des Schattens. Pass auf. Sie lässt Maschinen los. Boah. Okay, das ist wieder hier, glaube ich. Das ist wieder hier. Das ist wieder hier. Das ist wieder hier. Oh oh oh. Ziel gesichtet! Ziel gesichtet! Los geht's! Ich hoffe, das reicht jetzt hier. Ich finde einen Ausgang, hä? Hä? Nehmen wir den Zeug hier wieder mit? Ich finde einen Ausgang, woher muss ich denn jetzt hin? Hier vielleicht hoch? Schaut ausgangmäßig aus, oder? Hier geht es nicht raus. Ach da! Okidoki. Geht doch. War eigentlich recht geil der Kampf jetzt, weil die haben mich entgegenwärtig hier bekämpft. Hat man hier relativ seine Ruhe gehabt, bloß der blöde Sägezahn oder was es wieder war. Was ist denn das? Ok, jetzt wäre er auf einmal getroffen. Headshot. Wer ist das hier? Woah! What the fuck? Woah! Wo kann ich jetzt mal bekommen? Oh, ich hab mir doch aufgefüllt. Das gibt's doch gar nicht. Boah, ich hab mir doch grad aufgefüllt. So ein Dreck. Nee, oder? Oh, nee. Ich will den Scheiß Kern verteidigen. Oh, nee. Oh! Achtung! Was ist das? Das war's für heute. Geh! Was ist das? Ah! okay so hatten wir jetzt hier noch drinnen das verbessert meine chancen 60 schuss schauen wir doch gleich mal ob wir mit den 60 schuss wahrscheinlich komplett nicht hoch oder ne okay das geht nicht das geht leider nicht okay dann müssen wir das jetzt anders machen mit dem scheiß pirscher da unten so 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 Sieht so aus, als wenn die zwei kommen würden. Ok, muss ich weiter rangehen. Da kommt hier noch was rüber. Hier werden noch ein paar Vier fallen. Ok Pyrscher, wo bist du denn? Das gerne kommt, vielleicht ist sofort ins in die Wanne. Wo ist der Pyrscher? Ok. Da ist er. Wo lerne ich mein Licht? Ich glaube, ich sollte noch eine Kühlschte laufen. Alles klar. Da ist schon mal nicht schlecht gewesen. Ich weiß nicht, ob noch einer da ist. Was ist denn das für ein Ding? Das könnte der Ausgang sein, oder? Klettere die Säule hoch, um zu entkommen. Okay. Oh nee. Okay. 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 Das sind auf jeden Fall Gegner. Oh nee. Das war's. Geht auf die Fie. Ich würde mich interessieren, ob ich nochmal rein ist. Nehmen wir auf jeden Fall unser Zeug wieder mit. Das war bestimmt nicht alles, war mir klar. Das war's für mich. Was ist das? Gar nicht so einfach, hier durchzukommen, würde ich sagen. Wer? Ich? Boah, ey. Das war ein Trank neben mir, ist der Wahnsinn. Ich bin fast da außen. Ich bin fast da außen. Ich bin fast da außen. Ah, ich bin fast da außen. Für den Schatten! Was ist denn das jetzt, der Pakt oder was? Nicht getroffen! Nicht getroffen! Da! Warte mal Zeit, dass man langsam hier rauskommt, das ist der Wahnsinn. Ich sehe was! Nee. Nein! Da! Ja, noch ein bisschen Medizin haben jetzt. Oh, schon wieder. Und dann wenigstens ein Haufen Metallscherben. So, jetzt komm. Oh, Bootstätten abgeschlossen. Oh, ich bin nicht auf etwas eingelassen, das Sie nicht kontrollieren wollen. Oh, ich bin nicht auf etwas gegründet. Ah, liegst du gut. Ich hau jetzt hier einfach ab, ist mir wurscht das. Okay, kann man denn so abhauen? Oh, Leute, ich hab's geschafft. Und damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge. 40 Minuten, man, 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 ganz schön lange dauert, aber eine richtig coole Folge auf jeden Fall. Wir haben somit, glaube ich, alle Brutstätten abgeschlossen. Und jetzt schauen wir mal, mit was wir in der nächsten Folge weitermachen. Vielleicht auch wieder in irgendeiner Nebenmission, mal schauen. Genau, bleibt auf jeden Fall dran. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, ein Like oder auch einen Kommentar. Genau, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.